So Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge nach zwei Wochen mal wieder PvP vs. You. Diesmal ist dabei Party PvP. Ich will halt noch bald dieses Formular machen. Leute, stresst mich dann jetzt nicht. Ich werde dieses Formular wahrscheinlich bald noch machen. Aber dauert halt noch ein bisschen. So, wir zocken jetzt einfach ein paar Runden. Ich habe wieder mal den Shader am Start. Nur das Problem ist bei mir, wenn ich mit Shader spiele, bin ich immer sehr abgelenkt. Deswegen kann es sein, dass ich... Ja, genau. Das meine ich... Alles klar. Oh, GG. Alter, okay, krasser Gegner. Das ist auf jeden Fall echt... Diesmal echt eine coole Herausforderung. Freut mich. Ah. Alles klar. Ach nö, komm, geh weg. Hast doch auch noch ein Gebel. Hey, hab ich... Hey Leute, der ist einfach weggespawnt, Alter. Weggespawnt? Ja, ohne Scheiß, Mann. Ja, ist cooler... Bisher ist eine coole Haust. Alles klar. Nice, Digga. Als ob... Also, ich weiß nicht, ob ich ihn gegessen habe. Alles klar. Leute, der Apfel ist wieder weggebackt. Nein, Spaß. Hast du meinen Fiat? Fiat? Digga. Digga. Was ist das für ein Scheiß? Ja, komm, ess den Goldafel halt. Ich habe ihn nicht gegessen. Rombocombo. Nein. Oh, komm. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. GG, Leute. Das wird... Das ist heute echt richtig, richtig knapp, Alter. 2-1, oder? Genau, 2-1 steht es gerade. Leute, das könnt ihr oben rechts sehen. Außerdem könnt ihr da auch mal Klickspeed sehen. Das Kit, was es so hat. Sowas könnt ihr da alles so für Informationen, wenn ihr die haben wollt. Ein Klick. Alles klar. Junge, du gibst auch Kombos teilweise, ne? Unnormal. Digga. Diese Kombos sind teilweise einfach echt unnormal. Jetzt muss ich schwitzen. Ja, jetzt try alles natürlich wie... wie das Tod ist. Naja, egal. Alles klar. Oh, GG. 3-1, GG. GG. Noch 2 Punkte muss ich machen. Beziehungsweise du 3. Aktik. Ja, tryhunt. Oh, nicht Spaß. Okay, das bringt eigentlich gar nichts, was ich hier gerade mache. Aber ich will halt... ein bisschen vom Leib bekommen. Bringt aber meistens nichts. Nichts. Ich will zum Beispiel jetzt... Ich krieg... Ich hab das Gefühl, durch den Shader... Es steht 3 zu 3. Mal gucken. Hab ich geblockt? Oh, fick dich halt. Mach ich dir. Ah, willst du Gold auflassen? Alles klar, Junge. Komm halt her. Was? Mann, scheiße. Was? Oh, jo. Also... Geh doch weg. Ich stehe einfach da. Alles klar, was machst du jetzt? Holzfarbe. Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Nee. Alles klar. Ich öffne erst mal. Team Speak. Geh klar, komm. Rück an, Alter. Hast du Gold aufgelöst? Geschneckt? Geschneckt? Eventuell. Halt die Fresse, Alter. Geh weg. Also... Fuck. Ich muss hier weg. Spring. Du hast... Hast die noch einen? Oh mein Gott. Leute! Wo bist du, hä? Alles klar. Wir machen heute mal bis 6. Nein. Nein, Spaß, Leute. Okay. Okay. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Wenn ich jetzt noch ein bisschen eingespielt habe, dann hätte ich vielleicht noch was reißen können. Aber du warst es ziemlich gut. Und... So. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Guckt auf jeden Fall bei dem Party vorbei. Der ist unten in der Beschreibung verlinkt, denke ich mal. Jo, Leute. Haut rein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und tschau. Tschau.